Sie haben zwei Gesichter. Du weißt nicht, gegen was für ein Gesicht du antreten wirst. Oder im Moment zum Vorbericht zum Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend. Dortmund, klar, ein Top-Gegner, deswegen auch die Top-Spiel-Ansetzung, Samstag 18.30. Problem aber für uns und natürlich auch noch mehr für die Dortmunder natürlich. Sie haben zwei Gesichter. Du weißt nicht, gegen was für ein Gesicht du antreten wirst. Bekommst du dieses vogelwilde Dortmund, was du aktuell so ein bisschen hast in der Bundesliga, das ständig patzt. Oder bekommst du eben das stabile Dortmund, was wirklich ein gutes Spiel abgeliefert hat bei Man City in der Champions League. Weil kicken können die. Das ist 100% klar. Kicken können die. Kader ist stark. Weiterhin auch für mich der Favorit, logisch, weil du bist immer noch ein Aufsteiger. Aber sie müssen halt kicken wollen. Und das haben sie in der Liga jetzt in letzter Zeit irgendwie nur so spärlich getan. Ausfälle sind natürlich Sancho, Witzel Lange und auch Zagadou. Klar, wichtige Spieler, aber auf dem Niveau auch so ein bisschen ersetzbar bei den Dortmundern, würde ich sagen. Wir haben ja auch Verletzte. Das gleicht sich so ein bisschen aus von der Wichtigkeit bei denen. Oder bei uns fast sogar noch wichtiger als die drei Ausfälle bei denen. Jedes Spiel ist eigentlich jetzt ein Endspiel für die Dortmunder. Muss man auch ganz klar sagen, aktuell sieben Punkte weg von Rang 4 von Champions League-Plätzen. Gerade an den Spielern, wo man gerade beim Thema natürlich, ne, in Haaland darfst du keinen Raum geben. Das wird sehr, sehr gefährlich. Denke auch nicht, dass die groß müde sind von der Champions League. So die Hoffnung, die wir da hatten. Ich glaube es fast nicht. Weil die sind das gewummeln in den englischen Wochen. Das würde mich wundern, wenn sie das irgendwie als Ausrede nehmen könnten. Sonst ist es halt die Wundertüte. Bekommst du eine Leistung wie gegen Frankfurt oder bekommst du eine Leistung von Dortmund wie gegen City? Nächstes Spiel ist ja natürlich erstmal wir. Dann kommt das Rückspiel gegen Man City in Dortmund, wo sie mit einem 2 zu 1 Rückstand reingehen. Und dann kommt noch Bremen, auch wieder ein Heimspiel für die Dortmunder. Kommen wir zu den letzten direkten Duellen. Und da natürlich, klar, das letzte direkte Duell war das grandiose 1 zu 5 in Dortmund. Die jungen Wilden haben Gas gegeben. Pfaffer danach entlassen worden. Seitdem Terzic am Werk bei den Dortmundern. Sonst hast du natürlich gegen Dortmund in den letzten Jahren in deren Verfassung weniger geholt. Logisch, da sieht die Statistik nicht so toll aus. Letzter Heimsieg gegen BVB, auch in der Aufstiegssaison, war 2017 unter Hannes Wolfen 2 zu 1. Davor 2010 der letzte Heimsieg gewesen. Also sieben Spiele dazwischen verloren. Selten unschein gegen Dortmund zu Hause. Und natürlich auch 2018 in der letzten Bundesliga-Saison auch gegen Dortmund verloren. Das war das erste Spiel von Markus Weinzier. Damals das 0 zu 4 müsste es gewesen sein. Kommen wir zur gerade in diesem Spiel sehr interessanten Tabellensituation. Wir bauen ja gerade so eine kleine Heimstärke auf. Nun sind wir 10. in der Heimtabelle, gut hochgearbeitet. BVB 7. in der Auswärtstabelle. Und wie nah man dem BVB ist in dieser Saison, sieht man auch an der Rückrundentabelle. Weil wir tatsächlich 6. sind, 17 Punkte aus 10 Spielen geholt. Und der BVB ist 7. 1 hinter uns mit 14 Punkten aus 10 Spielen. Aber in der Tabelle, in der es dann am Endeffekt natürlich zählt, in der richtigen Tabelle am Ende des Tages, sind wir 8er. Der BVB aktuell 5er. Wir natürlich logisch weit über unseren Erwartungen. Der BVB weit drunter. Wie gesagt, 7 Punkte haben die Frankfurter Vorsprung auf Platz 4. Sehr, sehr schwer für den BVB in den letzten Spielen die Dinger noch aufzuholen, wenn sie wirklich in den Champions League kommen wollen. Das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Bei uns dann natürlich das Duell der Punktgleichen quasi um diesen Platz 7 aktuell Union. Dann kommen wir dann Gladbach alle punktgleich. Heißt auch, sollten wir dieses Ding tatsächlich gewinnen gegen den BVB, was ja rein theoretisch möglich ist, sind wir auf einen Punkt an Dortmund dran. Heißt auch, auf einen Punkt auf dem vorm Spieltag fünften Platz dran. Das heißt, dann wären sogar Europa League und nicht nur Conference League Träume vielleicht leicht da. Aber mal sehen, mal sehen, mal sehen. Kommen wir zum Startelf-Tipp, wo diesmal immer wieder aus Zeitgründen keine PK mit drin ist. Das müsste ich irgendwie ein bisschen nachreichen oder sowas, wenn da noch was Interessantes kommt. Natürlich wieder sehr, sehr unglücklicher Ausfall. Mangala, kurz vor Campeg gewesen, hat sich wieder verletzt. Tatsächlich dieselbe Verletzung, soweit ich weiß. Dasselbe Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel hat sich wieder aufgebrochen. Heißt mindestens drei Wochen. Kicker schreibt aber von noch mehr vermutlich. Gonzalez ist ja auch wieder verletzt, das wissen wir ja schon. Also irgendwie scheint da ein bisschen die Trainings- bzw. die Comeback-Steuerung ein bisschen falsch gelaufen zu sein, wenn das bei zwei Leuten genau dasselbe Fall ist. Verletzung lange direkt kurz vor Comeback und dann nochmal Verletzung. Dann ist vielleicht ein bisschen zu viel gemacht worden. Die Spieler ein bisschen zu viel machen lassen. Keine Ahnung, bin da kein Experte drin. Sonst wäre es natürlich sicher Mangala eingerückt, ganz klare Geschichte. Auch Armada hat noch so ein bisschen seine Außenseiterchancen, dass er vielleicht doch wieder in die Startelf rückt. Vielleicht so ein bisschen junger Impuls noch eben gegen so Teams wie Dortmund oder so. Packt da Materazio gerne eine Überraschung oder so rein. Aber ich mache es mir diesmal recht leicht. Never change a running team oder auch ein winning team. Deswegen würde ich tatsächlich genau die gleiche Elf starten lassen, weil ich sehe es gerade auch nicht, dass ein Tommy reinrückt oder dass ein Cissé reinrückt. Vielleicht kommt irgendeine Überraschung, aber ich sehe es gerade nicht. Deswegen denke ich mal, starte ich mit derselben Startelf, wie wir es auch gegen Bremen getan haben. Und zu guter Letzt natürlich die Prognose noch. Ihr dürft sehr gerne wieder abstimmen im Community-Voting-Sieg und Schienierlager. Und natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren da lassen. Bisschen genauere Prognose, vielleicht auch Ergebnis, wie ihr da lustig seid. Ja, ist schwierig für her zu sagen. Zumindest kann ich glaube ich eins diesmal nicht machen, was ich sehr, sehr gerne mache und sage von wegen, ja, es könnte so und so ausgehen, weil es dann ähnlich ausgehen könnte, wie oder aussehen könnte vom Spielverlauf wie im Hinspiel. Das ist glaube ich recht ausgeschlossen. Das würde mich sehr wohl, wenn wir nochmal ein 5 zu 1 hier holen würden. Ist halt die Frage, wenn wir das Bundesliga-Gesicht sehen von Dortmund in letzter Zeit, formschwächer als wir, wir waren tatsächlich formstärker in der letzten Bundesliga-Zeit, dann ist eine Chance da. 100 Prozent, auch trotz der Ausfälle. Man muss aber halt 100 Prozent auch besser aufreden als gegen Bremen. Das war nicht wirklich überzeugend, wenn man das als Vorlaufspiel quasi auf Dortmund sieht. Weil mit der Leistung wirst du auch gegen Dortmund in der Bundesliga-Verfassung nicht gewinnen. Wenn der BVB so stark auftritt, wie sie es ja können, sie haben es ja bewiesen, dass sie es können, sie müssen es nur wollen, dann verliert man auch so, wie wenn du gegen Bremen spielst. Ja, deswegen gehe ich mal den Mittelweg und gehe mal tatsächlich auf den Unentschieden. Dat wird ein 2 zu 2, würde bedeuten, unsere Heimserie bleibt am Leben. Unsere Euroleague, Europa, wie auch immer Hoffnungen bleiben auch am Leben. Und man hat tatsächlich genau, punktgenau auf diese 40-Punkte-Marke quasi jetzt auch erreicht. Habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Soll gespielt unsere Gegner einfach natürlich immer attraktiv. Und es ist einfach ein bisschen eine Wundertüte, vor allem eben auch von der Dortmunder Seite aus, was da möglich ist. Weil auch, ich habe es unschieden getippt, logisch, aber es ist auch möglich, dass du das Ding verlierst. Es ist möglich, dass du das Ding gewinnst. Das wird ein sehr, sehr interessanter Abend, glaube ich. Am Samstagabend habe ich sehr, sehr Bock drauf. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.